Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des DM-Updates auf YouTube. Heute gibt es wieder ein kleines Planungs-Update, denn wir sind nur noch zweieinhalb Monate vor der Faustball-Dämmt 2024 und bei mir ist wieder der Eivin, OK-Chef, war schon mal bei mir vor ein paar Monaten in einer der ersten Ausgaben und Eivin, heute gibt es tolle News für alle jugendlichen Faustballer, speziell hier im süddeutschen Raum. Erzähl uns mal ein bisschen, was geht jetzt gerade in die heiße Phase und worauf dürfen sich alle freuen? Mache ich gerne, mache ich gleich. Ich muss aber erst mal einsteigen mit einem großen Kompliment mal an dich, also was du kommunikativ nach wie vor hier ablieferst, was du da rausschickst in die Faustball-Welt über alle Medien, ist wirklich erste Sahne. Große Ehre, auch wieder dann hier zu sein. Super, das dann auch mitzuerleben und vielleicht an der Stelle ich nutze es einfach als kleinen Dankeschön-Blog einfach mal auch ans ganze OK, was überall rund um Bewirtung, Sponsorensuche, was auch immer geleistet wird, ist wirklich sensationell. Also macht es mir auch sehr leicht, wirklich dann im OK vorzustehen, wenn man so ein tolles Team um sich hat, die alle richtig Gas geben und Bock haben. Sorry, das musste ich einfach mal kurz loswerden. Wunderbar. Wenn ich schon mal so die Möglichkeit habe. Nehme ich gerne an und alle anderen im OK fühlen sich dann hoffentlich auch angesprochen. Genau, jetzt aber gerne zu deiner Frage. Also wir haben eigentlich einen super Termin für die Deutsche Meisterschaft. Letztes Juli-Wochenende, Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg. Überschneidet sich und es ist gut, immer mit dem STB-Jugendzeltlager. STB-Jugendzeltlager ist eine unglaublich tolle Institution hier im schwäbischen Faustball. Es ist ein Zeltlager für alle schwäbischen Vereine, dürfen auch Vereine aus anderen Ländern gerne mitnehmen. Und es sind tatsächlich jedes Jahr um die 500 Teilnehmer, die da zelten, vier, fünf Tage zusammen verbringen, faustballintensiv, Kleinfeldspielen, Großfeldspielen, Spieler aus anderen Vereinen kennenlernen. Also eine unglaublich tolle Institution wirklich. Und natürlich war unsere Idee von Anfang an, wir wollen diese Kinder, die Teilnehmer unbedingt einbinden. Wir wollen die einladen, wo auch immer das Zeltlager stattfindet. Die müssen auf jeden Fall dann auch nach Stammheim kommen, zumindest einen Tag. Ja, dann hat sich leider herausgestellt, dass es dieses Jahr sehr schwierig ist, einen Ausrichter zu finden. Und dann haben wir nach einigen Gesprächen bei uns entschieden, das Ding darf nicht ausfallen, auch wenn wir eigentlich mit der DM jetzt nicht zu wenig zu planen haben. Wir holen das Zeltlager nach Stammheim und wir haben die Möglichkeit, mit unserem Nachbarverein, dem SC Stammheim, gemeinsam in der Partnerschaft das Zeltlager anzubieten. Also es kann stattfinden und es wird natürlich ein ganz besonderes Zeltlager. Es wird wie üblich Kleinfeld gespielt, es gibt wie üblich den Ausflugstag, da geht es ins Freibad und dann drei ganz intensive Tage hier rund um die DM. Also vielleicht jetzt schon der Aufruf an alle Vereine, meldet euch da an. Das Zeltlager ist jedes Jahr ein Besuch wert und dieses Jahr wird es auch noch ein ganz besonderes sein. Genau, den Zeitplan hast du ja schon grob skizziert. Vielleicht noch eine Frage zur Örtlichkeit. Wird das hier direkt in der Umgebung stattfinden? Wie sind die Wegezeiten? Also kann man auch wirklich schnell hier vor Ort im Stammheimer Volksbankstadion sein? Also das war wirklich eigentlich auch so das größte Bedenken am Anfang, weil wir haben unser Vereinsgelände wirklich komplett ausgereizt. Also von Showbühne und Plaza und Stadion und Einspielfeld und so weiter, haben wir wirklich keinerlei Platz mehr. Ja, das wirklich Entscheidende waren letztlich dann die Gespräche mit dem SC Stammheim, mit dem ersten Vorsitzenden Markus Blankenburg, die sofort auf die Idee mit aufgesprungen sind, die sofort Begeisterung gezeigt haben und gesagt haben, hey, das machen wir gemeinsam. Also das Zeltlager findet statt auf dem Vereinsgelände des SC Stammheim. Und es ist von hier Luftlinie 200 Meter, 5 Gehminuten, also perfekt eigentlich gelegen. Optimal. Wo können sich die Leute informieren? Wo können sich die Leute anmelden? Und vor allem ganz wichtig, bis wann muss man sich anmelden? Ja, also die offizielle Ausschreibung zum Zeltlager ist erfolgt vor wenigen Tagen, wie üblich über die jugendverantwortlichen SCB, also Olaf Niemann in Person. Wir haben auf unserer Homepage inzwischen auch einen Sonderbereich, wo auch die Ausschreibung zu finden ist, wo alle Informationen, alle Anmeldemöglichkeiten sind. Bis zum 1.6. haben die Vereine die Möglichkeit, sich anzumelden. Also auch nicht nur schwäbische Vereine, gerne auch aus Bayern oder Schleswig-Holstein auch, gar kein Problem. Nehmt da gerne teil mit euren Kindern. Ja, auf unserer Homepage gibt es die Infos. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, zeltlager.tv-stammheim.de, wo wir auch jetzt eine Verantwortliche haben, die sich dann auch speziell um die Fragen, um die Wünsche, um die Anmeldungen der Vereine und der Teilnehmer kümmert. Also ja, eigentlich glaube ich, der Weg ist bereitet. Jetzt liegt der Ball bei den Vereinen. Jetzt heißt es anmelden bis 1.6. und dann eben dabei sein und das Zeltlager im Rahmen der DM miterleben. Hervorragend. Dann ist, glaube ich, alles gesagt an Informationen. Die Leute können sich anmelden. Perfekt. Ich glaube, das Setup ist für alle Beteiligten optimal. Jetzt sind wir so ungefähr zweieinhalb Monate vor der DM. Kannst du uns noch vielleicht so für die nächsten zwei, drei Wochen einen Ausblick geben, woran arbeiten wir jetzt gerade und wo müssen wir vielleicht noch ein bisschen Gas geben? Ja, ich kann es eigentlich so mit dem ganz großen Blick, also von ziemlich weit oben drauf sagen, gar nicht so kleinteilig. Ich komme jetzt gerade aus der Sitzung des Bezirksbeirates, wo ich das auch vorgestellt habe und habe das dort auch so gesagt. Wir sind eingestiegen im OK mit der Maßgabe, wir wollen groß denken, wir wollen ins oberste Regal greifen und der Rotstift, der kommt dann schon noch früh genug. Ich kann eigentlich Stand heute sagen, der Rotstift kam eigentlich so fast so gut wie nie. Also wir haben wirklich alle Planungen, die wir am Anfang hatten, Showbühne, Livebands, LED-Banden, Videowall, Fernsehproduktion und so weiter, haben wir eigentlich alles jetzt schon unter Dach und Fach. Von daher, ja, wir liegen auf Plan. Es gibt keine nennenswerten Probleme. Es gibt noch viel Arbeit, das ist klar, aber es wird alles so laufen und da bin ich Stand heute allerbester Dinge. Wir sehen eigentlich keine Steine mehr, die aus dem Weg geräumt werden müssten. Wie gesagt, der Rotstift, weder finanziell noch von Genehmigungsseite, noch organisatorisch, das wird alles super. Also freut euch drauf. Ich kriege fast schon eine Gänsehaut, wenn man sagt, es läuft alles so super und so reibungslos. Geht mir auch gerade so. Also jetzt liegt es an euch da draußen. Die Organisation läuft, die Helfer sind akquiriert. Das geht natürlich noch weiter, aber jetzt ganz wichtig in den nächsten Wochen, kauft euch euer Ticket, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denn 26. Juli, es ist nicht mehr weit. Die Feldsaison hat begonnen. Hier hinter uns läuft auch das Training unserer Männer. Unsere Frauen sind ja am Sonntag schon in die Saison gestartet und jetzt geht wirklich dann der Fokus schon auf die DM. Für uns hier im Organisationsteam sowieso, aber irgendwann dann auch in den Bundesligen. Also stammheim24.de auschecken und euch euer Ticket sichern und wir gehen wieder an die Arbeit, oder? Noch ein kleiner Aufruf. Wenn wir gerade schon aufrufen, also Zeltlageranmeldung bis 1.6. Genau. Tickets sichern, das geht auch noch bis kurz vorher, wobei wir werden sicher ausverkauft sein. Das, glaube ich, steht außer Frage. Und das Dritte, wir haben schon einen sensationellen Stand an Helfern, aber wir können auch noch immer Helfer weitere aufnehmen, Volontiers. Die müssen auch gar nicht aus Stammheim kommen. Auch da, stammheim24.de. Wer Bock hat, das Ding nicht nur als Zuschauer mitzuerleben, sondern auch hinter die Kulissen zu schauen, Volontier genauso möglich. Das wäre praktisch der dritte Aufruf. Hervorragend. Super. Dann melden wir uns schon ganz bald wieder an dieser Stelle. Wir haben natürlich noch weitere Interviewgäste. Bis zur DM ist noch ein kleines bisschen Zeit. Für den Moment verabschieden wir uns. Vielen Dank, Udi. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.